Gucken hier, ich starte mal eine Aufnahme. Ah, die Brücke, versuchen wir das dann mal. Schwierigkeitsgrad normal, würde ich sagen. Exklusivspiel für Freunde machen wir nicht, wir machen ein öffentliches Spiel. Jo. Äh, Steam-Gruppenserver, besser verfügbarer dedizierter, offizieller dedizierter, lokaler Surfer, dann erstelle ich doch mit meinem Rechner einen Server, oder? Krieg ich mal von aus. Jo. Sollte so sein, ne? So, Freunde einladen. Zack. Das geht, ja, wa? Müsste es eigentlich ne Einladung bekommen haben von mir. Hm. Moment, da. Moment, da. Wieder ein Spiel. Davor am... Jo, ich muss sie drin sein, jetzt. Jo. So. Die Brücke haben wir. Jo, ich kann hier gerade im Moment sogar noch was ändern. Wenn's sein müsste, aber an und für sich können wir loslegen. Oder wollen wir warten, dass noch wer dazu kommt? Ich frage jetzt, wie lange mit zu warten. Ich weiß ja nicht, ob überhaupt wer dazu kommt. Hm. Sonst versuchen wir es zu zweit. Realism-Modus gibt es auch noch, soll das sein? Ähm, dass du die Zombies nur töten kannst, wenn du sie wirklich am Kopf triffst. Okay. Soweit ich weiß, wie man es ist. Ja, komm, legen wir los. Ich bin doch auf dem offiziellen gewechselt. Muss ja nicht selber hosten. Ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass da noch wer dazu kommt. Zu zweit ist bestimmt richtig hart, weil nur die KI ist halt, äh, ja. Die ist manchmal grauenhaft. So. Nun gibt Gummi. Oh, round two, hm? Ja. Mal gucken, ob wir diesmal besser abschneiden. Sollen auch nur drei Abschnitte sein, ne? Ja, was gibt's hier nicht? Hm, irgendwie nicht. Pistol Start, wie bei Doom. Komm ja heiter rum. Oh, da kommen ja bald Waffen dann. Manchmal bin ich ziemlich fasziniert. Mal ist das hier auf Deutsch, mal auf Englisch. Ja, das backt an und für sich sowieso ganz gerne rum, ne? Aber wenn du das ganz normale Left 4 Dead 2 ohne irgendeine Mods und sonstigen Krempel halt benutzt, hast du eigentlich gar keine Probleme. Aber mir läuft das bisher immer spitze. Ja, da ist immer, wenn man versucht, etwas Neues reinzugehen. Ja. Was? Halbgar gebaute Mods, ne? Ja. Aber okay. Habt ihr euch, ich hab mein Kind im Harz. Reloading, hey, I'm reloading. What the hell? Reloading! Schlepp doch einfach. Oh shit. Hey. Reloading. Reloading! Was ist für Zeit, dass wir Waffen kriegen. Ja. So langsam. Reloading! Reloading! Wir waffen bisschen mehr am Nachlernen als alles andere. Reloading! 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 Wer hast du von denn nicht? Was? Oh, Waffen! Was? Ah, meint er drin. Weapons over here! Ja, hier. Shotgun und so. Ganzen spiel da rein. Ich hör' ein Tank. Der sitzt da oben. Kommt runter. Oh shit. In immigration. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Oh my god! VAUAGH! Oh god! HeX heeft. Ja LOL, die k.i. Oder was hat denn Hunter getötet? Is' auch nett! ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr was weitergeht einfach alle wege austesten irgendwo geht schon weiter der kv hier hinten also das heißt wir wusste hier wie lang immer der zombie abkalypse nach so ungefähr ich habe einen besonderen zombie erledigt der hat kannst du mal draufholzen wie irre einen besonderen infizierten oder wie schreiben wir das hier wir spielen auf jeden fall nicht mehr ganz alleine da ist jemand dazu gekommen der kudel also wenn wir den weg nicht wissen haben wir die hoffnung dass er den weg vielleicht weiß hr 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 funktionieren hr 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 Oh, sprich zur Hand ist da zurückgekommen. Wir sind also jetzt vier. Ohne keinen. Ja, wunderbar. Erstmal ein Jockey gekillt mit der Magnum. Geil. Kommt ihr? Ich glaube doch, wir müssen hier rüber, ne? Nur die Brücke hier draußen. Was machen die denn? Nach Munition oder sowas suchen? Oh, hier gibt's auch schöne Sachen. Hier gibt's ein schönes Maschinengewehr. Das schmeckt mir. Das ist noch nicht Reaktionszeit. Der hat mir gerade so ein Ding aufgehalst und abgeballert. Habe ich mich selber gerettet, so gesehen. Spitter weg. Ich habe voll lange nicht mehr gespielt und spiele hier wieder der letzte Pro, ey. Ich sag doch, du musst warm werden. Hier ist irgendwo eine Witch, macht das Licht aus. Ja. Wenn, dann hinter mir irgendwo. Ja, die ist meistens auf dem Weg, wenn wir hier weiter durchlaufen irgendwo. Das ist wie so ein Zelt genau und da hockt sie vor der Treppe. Da hat sie jetzt aufgeschreckt. Jetzt habe ich hier so einen Jockey am Arsch kleben. Beziehungsweise auf dem Kopf. Ja, und die Witch ist auch noch hinter mir her, oder was? Verdammt. Ja, gleich alle. Die haut endlich ab, ey. Oh Gott, die ist alle her. Oh, nö. Das war's mit Pro, ich liegt am Boden. Oh Gott, ey. Hinstellen, im Kreis drehen und Maustaste gedrückt halten. Alles was hilft. Hörst du, was das hier weiter wandert? Ich stelle dir auch noch einen Ball auf die Zombies, die gerade hinter uns her liefen. Achso. Das war so ruhig. Ich behalte meine Waffe, ich will keine andere. Oh ja, genau, ey. Hunter. So, ab dafür. Hier geht's rein wieder. Das Party ist over. Glaube ich auch. Läuft doch. Ja, auf jeden. Aber nur, weil welche dazugekommen sind. Wer weiß, wie wir gescheitert werden, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur alleine wären. Sprich zur Hand, nennt er sich. Das ist auch mein Nicke. Was meinst du? Ich hab nur geguckt, ob da noch irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Ich hab das Gefühl, die Viecher sind wie erspannst, Digga. Die fallen nicht einfach so rum. Was los? Ich hab ein Schwierigkeitsgrad auf Normalgestellte halten. Die wollen ein bisschen mehr aus. Aber nicht viel. Nur etwas. Ja, zu einfach soll's ja auch nichts sein. Dann wär's ja langweilig. Nein, 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 das ist schon klar. Ja, aber du schießt auch und die laufen auf dich zu, als wäre er das tipps. Wo? Hat der einen in den Pack? Ich hatte gerade einen Skin-Bug. Der war so lila-schwarz gekachelt. Klingt mir nach einem Grafikfehler. Ja. Das dachte ich mir auch drauf. Also, ich würd' sagen, bisher läuft das noch ganz gut. Die Schätz-Weiß waren wirklich zu viele Mods angeschaltet. Das kann so ein, nein. Bei einigem. Die sind bei jedem Spiel nicht so wirklich förderlich immer. Naja. Ich glaub' ich überhaupt richtig. Ich glaub' nicht. So ganz, ne? Ja, wir müssen da drüben rüber. Glaub' ich. Da hinten war ich mir nicht. Da hinten war ich mir nicht. Da hinten war ich mir nicht. Ah! So, hier unten rein oder da oben rein? Hier unten. Die Treppe runter. Weapons over here. Das ist so schön übertrieben, ne? Ich meine, ich höre eine Witch schon wieder hier. Ja, natürlich. Ich komm' die Tür rein und es kalt mich. Das ist schon wieder eine Witch definitiv, ne? Ja. Irgendwo. Erstmal die Lampe ausmachen. Oh, ich hab' ich schon erlebt. Oh, ich hab' ich schon erlebt. Hä? Was war das? Ja. Ich bin, ja. Die ist nicht weit weg, ne? Oh, wieder hinter mir her, klasse. Und immer wenn ich keine Shotgun dabei hab. Habts mich ja wieder erwischt hier. Oh, ich hab ja was dabei. Naja, jetzt wissen wir wo die Witch ist. Sie liegt auf der Spass. Oh, ich hab ja was dabei. Ich muss durch die Hirnabdacht. Wohin? Was? Irgendwie. Irgendwie die Treppe runter. Ja. Das ist so eine Stelle, die kenne ich. Oh Gott. Sowas auch. Stehen immer jeden 20 Viecher vor. Oh, ich hab irgendwas durch die Töne. Was? 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 Das bleibt doch liegen! Das nehmen wir doch mit, First Aid Kid. So, müssen wir lang? Oh Gott. Irgendwie hier. Und gleich schon die nächste. Schon wieder eine Ridge. Irgendwo. Ich höre sie. Und da ist so ein Splitter blank gelaufen. Und noch ein Smoker, den habe ich gerade erledigt. Der ist mir genau vor die Nase gesprungen. Loxi, bitte nicht schon wieder an. Ständig steht da mein Name oben links. Oh, neee, ne. Oh, 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 oh. Es ist sießbar, aber ich warst. Entschuldige. Oh, 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 oh. Und jetzt geht's noch weiter. Upsi. Holy shit. Hast du Helfer am Start? Ich hab nichts mehr. Aber ich. Vielen Dank. Teamwork. Ja. Oh ne. Ach komm. Augen zu und durch. Hier hoch ne? Kanalratten Geschichten hier sind gar nicht meins. Das ist unschön hier. Schon wieder mein Nick da oben. Andere Seite. Okay. Aua. Die Wumme geht ja. Jetzt geht's hier richtig ab. Ja wir müssen erst runter glaube ich ne? Ja. Mach mal schon mehr. Oh shit die Munni ist das für das geile Teil schon mehr. Ja. Das ist ärgerlich. Zeigen mir diese Kniffen hier an. Verdammt. Lass mich weg. Lass mich weg. Reloading. Auf». Reloading. 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 Reload. Reloading. Redoading. We're really a great game too yeah. Reloading. Nein! Lass mich weg, lass mich weg! Boah, ich bin so gut wie erledigt, ne? Ja, wir sind schon dabei! Da kannst du nur draufhalten, ey! Da kannst du nur draufhalten, ey! Äh! Säuregedönster! Wo bist du denn? Warte, warte, warte! Äh... Bleib mal stehen! Ich hab hier... Ja, da ist schon der Schutzraum, lass da einfach reinlaufen! Achso, okay! Dann haben wir es hinter uns! Oh genau, Tür zu und weg! Oh Gott, ey! Läuft! Ja! 879, Witch! Voll draufgeholzt! Ja, aber das ist ja keine andere Wahl, ne? Oh! Ja, gut, das ist ein Nahkämpfer, okay! Ich hoffe, dass wir noch ein Medikit finden, weil ich hab nichts mehr! Ich hab eins noch vom Tisch geschnappt, also im Fall der Fälle hab ich eins dabei! Ja, ja! Das ist schon mal gut! Ja, ich schnapp da immer schnell zu! Wenn ich nicht grad schon eins im Rucksack oder wie auch immer irgendwie dabei mir trage! Ja! Du brauchst, dass der auch immer ist! Hey! So, how do we lower this bridge? Ah, I've been thinking about this, oh ja! Das ist genauso wie mit dem Wagen voll tanken! Nicht schön! Oh, Kursartig! Oh, wir müssen die Maschine da voll tanken! Wir müssen hier rüber! Fahrstuhl! Komm schon, Jungs! Kennt doch jeder hier! Oh! Move! 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 Wofür ist der Chat da, ne? Ha! Warte, wo ging denn das lang hier? Ich hasse es! Ich hab um die Ecke unter... Wohl eben hier oben, das Ding kommt direkt zu euch gelaufen. Einer liegt! Einer liegt! Achso, ich dachte das wäre eine Person. Check this out! Shit! Falsch! Laufen! Ah! Wo kommt ihr her? Ich komme, ich bin unterwegs. Ich schlafe so schnell ich kann! Bloch schnell tanken, bloch schnell tanken! Ja, notfalls wegschmeißen und schießen. Ja, ich versuch's nur zu vermeiden. So. Oh, ist durch die Hand! Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht auf der Karte! Wehen wo, was? Sprich durch die Hand! Sag mir nicht er ist hier hinten! Der ist kaputt! Das hat ihn erledigt! Au! Leute! Hilfe! Hilfe! Uff! 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 In der Hütte ist noch was, wa? man macht da auch auf einer alleinkammer oh dankeschön dankeschön hinter dir hinter mir weil man aber sagen muss ich laufe ja auch gerade alleine aber das kannst du über der map auch machen bis zum gewissen punkt hier wo diese oder jetzt rechts vor dir das da umgekippt ist da darf man nicht alleine hinlaufen habe ich die erfahrung gemacht da gehst du drauf ich höre einen hunter die haben wir doch das glück die schießen ja auch noch wo ist der nächste sprit irgendwo dahinten links und da darf man auf keinsten alleine hin deswegen versuche ich ja bisschen nach euch zu schauen das misststück kommt immer aus dem hinterhalt ich habe hier so ein kleines charger problem wo seid ihr denn beim tanken auftanken ich habe euch ich habe euch nämlich aus den augen verlaufen hier ist es richtig gut so geht noch was später werden sie dir hier nicht mehr gefallen nein 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 ich habe ja den ich habe ja den ich habe ja den den ich habe ja den ich genau der die Oh, Gott. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, nee, ne? Ich glaube, wir sind am Arsch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Das ist aber noch nicht mal die schlimmste Stelle an diesem Teil, ja. Die Tanks gehen einem später noch richtig auf den Keks, ja. Was zur Hölle soll ich hier mit dieser Rotzgun? Die bringt mir doch nichts, oder? Erstmal heilen und dann gucken wir mal. Dann halt den ganzen Quack noch einmal. Yep. Wo machen die denn? Naja, der eine ist anscheinend rausgegangen und spricht zur Hand, äh, watschelt da rum. Findet einen Weg nicht oder sowas. Nee, Coach, naja, darum. Wie schreibt man denn in den Chat? Drückst du U? U? U drücken und dann kannst du was tippen. Oh, Gott, ey. Einfach nur zusammenbleiben. Was ist denn so schwer? Oh, jetzt haben wir ihn so wieder auf Deutsch, jetzt sagen sie wieder Spucker anstatt Spitter. Voll gut. Oh, wieso hänge ich denn hier fest? Lass mich doch hier raus. Und dann sagen sie zum Boomer bestimmt auch wieder Kotzer. Hey, jetzt haben wir einen Flug so Hellcase. Bleibt aber stehen. Ich glaube, der Yukade ist rausgegangen. Ja, ja, der ist weg. Oh, hier kommt, tanken wir mal ein bisschen. Ja, aber der Flug so bewegt sich auch keine Stimme. Oh, nee, ne. Hängt ja schon gut aus. Du musst ja einen schon wieder fahren. Boah, dann gehen wir mal Sprit holen, wa? Ja, der eine ist schon hier oben. Ich versuche so ein bisschen in seiner Nähe zu bleiben. Aber der geht schon wieder auf Alleinkang. Ja, ich folge dir jetzt einfach. Ja. Oh, da ist der Hellcase schon wieder. Gut. Achso, er will erst was sammeln, bevor wir reinmachen. Das kann man auch machen, ja. Vielleicht schlauer, weil es schneller geht, ne? Ja. Dann. Hier. Wo ist er denn schon wieder? Ach, da. Ich würde schon sagen. Wir können nämlich gleich zwei hier, die diese Tanks nehmen. Und einer schützt. So. Oh Gott. Tank ist wieder da. Tank ist wieder da. Ich hab da ordentlich reingeholzt gerade. Ach, irgendwo liegt einer. Hallo. Aber wo? Ach, da unten. Oh, Hunter. Wow. Noch einer. Geht auch nicht los. Ich hab gekillt. Scheiße. Scheiße. Ja, ich versuch's dir. Scheiße. Oh, Mann. Oh Gott, was ist hier los? Oh, Mann. Es klingt ja fast wie so ne Pfade. Ja. Also, mit mir ist vorbei. Ich hab da alle hier. Du musst doch unbedingt mit dem Sprit weiterlaufen, ne? Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie ich euch retten kann. Jetzt ist es zu spät. Oh, shit. Oh, shit. Du musst doch mich auch rechtzeitig finden, bevor es euch hier kurz und klein haut. Ah, haha. Ja, ist gut gesagt mit dem rechtzeitig, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier will der Hunter. Der andere wird zerlegt von Hunter. Ich bin zerlegt. Oh, shit. Ich hab's nicht mehr Geld. Oh, Mann. Okay. Du hast doch ein Heelspack mit. Heil dich doch. Oh, erst mal hier. Oh, Mann. Ja, Mann. Ich hab's nicht mehr Geld. Oh, Mann. Ich hab's nicht mehr Geld. Die stehen ja da oben auch auf dem Balkon, also wenn es einem gerade richtig kacke geht, ist es ganz gut, da zurückzulaufen, weil die vom Balkon da oben runterschießen an der Hütte, ne? Ja, deswegen. Oh, what the fuck? Oh, er ist Charger, jetzt Jockey, hallo? Ich glaube, es gab da mal einen Trick, wie man diesen Jockey loswerden kann, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Gab es, glaube ich, sogar eine Errungenschaft für auf Steam. Ah, schwebe. Übertreib doch. Versuch zu einem zu kommen, ja! Was machst du denn? Ich glaube, mit Respawn ist hier nichts mehr bei der Map. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie nicht wieder hier. Das ist voll lustig. Ich kann dich ja beobachten, so, ne? So, third-person-mäßig, ne? Du bist voll Blut, aber rot und grün und alles. Und voll dreckig. Voll gelitten mit der ganzen Kacke hier. Und auf einmal bist du wieder sauber, ist voll lustig. Durch den Regen, vermutlich durch den Regen so, ne? Ja! Kleine Schrein. Was warst du da hinten so gar nicht? Was warst du denn, einer von unseren Leuten zu sein? Ja. Wirklich zwei von dem Filial, aber. What the fuck, ey! Thanks. Man... ...wird doch mal stehen! Hunter vor sich. Genau vor dir. Irgendwo da. Kommt nur noch ein Tank. Die gleich wieder umgehauen. Ich bin. Er ist verreckt und gleich offline gegangen, jetzt ist es wie der Coach. Wir sind so am Arsch. Hinter dir. Natürlich, schieß ich. Seit Rennen schon wieder eine Dreiviertelstunde gezockt, ey. Alter, Schwede. Das geht so nicht. Nicht mehr die Hälfte vom Sprit und ihr seid voll down und nur noch zu zweit. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, wobei, das erhöht die Chancen wieder. Wo ist denn denn hin? Dann hole ich ihm die Sprit-Dinger, er bewegt sich ja nicht. Ja! Ja, ist auch ziemlich am Arsch, ne? Wahrscheinlich noch so genau ein Prozent Hälfte oder so. Ja, und das klingt ja immer weiter. Ja, klar. Wir sind so am Arsch, das packen wir nicht. Wenn er erst jetzt nicht hinkriegt, dass er dir den Jockey vom Kopf runterholt, dann war es was gleich. Das Spitter noch und Boomer. Bei dem Boomer hat es ja schon mal zerrissen gerade. Ja, und du liegst voll in der Brühe da. Ja, er wird gleich draufgehen hier. Sprich zur Hand. Ja, es kommt der Tank. Boff. Fetten Stein an den Kopf, das war's. So ein schönes Stück Boden rausgerissen und deinen Kopf geschmissen. Oh, du Scheiße, ey. Tja. Denn, würde ich sagen, wir laufen zusammen und lassen die anderen beiden zusammenlaufen und dann gucken wir mal hier. Ja. Let's try. Try again. Oh, Mann. Du brauchst doch hier irgendwie Klappen, ey. Oder das Problem ist, wir laufen nie zusammen. Das ist das Bekloppte. Irgendeiner macht sich immer selbstständig. Ja. Manchmal geht das aber auch echt schnell, dass man sich so verliert im Lauf. Weil man denkt, ach, ja, läuft der hinter mir hinterher oder so, ne, und dann, aber man muss halt gucken, man muss sich umdrehen. Eben. Muss halt in Action sein. Ach, Gott, stirb. Oh, watch it. Watch out. Was? Ja, genau, ich hab hier wieder so einen Charger am Hals, ey. Klappt's ab, ey. So. Oh. 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 Oh Gott, ey. So, ich hab eins. Oh Gott, ey. 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 Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn gehört. Ich hab nur. geguckt. Jetzt wird er mal stehen. Junge! Bleib doch mal stehen! Jetzt habe ich ihn erwischt. Oh man, und da oben geht die Post ab. So, erstmal hier kurz säubern und dann gehen wir los. Wieder hier hoch. Und dann geht sich die Post ab. Oh nein, oh nein, ich bin ich mit der Post. Alter, was ist hier los?! Alter, was ist hier los?! Alter, was ist hier los?! Watch out! Get your post ab. Untertitel von S.B.D. Ah! Wo sind denn alle? Oh, nee, ne? Hunter. Da drüben noch einer. Oh, Spitter, du... Oh, mein Gott, ey, was ist hier los? Oh, wieder ein Jockey. Voll das Bein abgeschossen von dem Scheiß-Zombie. Die hat ordentlichen Wumms hier, die Knarre, wa? Bläm, 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 Matsch. Bloß raus hier aus der Ecke. Brauch unbedingt Health. Uuuuh, Tink! Tink, 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 Tink! Rückwärts laufen, Waffe drauf halten. Mehr kannst du nicht machen. Denk ich mir jedenfalls. Oh, Gott, Scheiß! Oh, noch einer. Oh, noch einer. Oh, shit! Ich verbrenne ihn jetzt. Ich wusste mir nicht besser zu helfen. Müssen wir halt nur in Sprit holen. Alter Schwede. Aber es gibt doch keinen Health mehr. Das ist jetzt assi. Lazy Jump hat das Spiel verlassen. Ah, das war großartig. Hey, du hast ein paar Ammo gerade hier. Ich kann nicht mehr mitmachen. Hör dich auf! Wir haben Gooh! Lass uns aus der Gooh! Nach dir! RIO! Das ist bspw,TON! Ben Hat sich ja leerigkeit, doch? Danks! Der F точige Gsch! Aus dem Liegen raus den Jockey gekillt, ne? Das ist doch nicht mehr normal! Nicht so richtig, ne? Ja, hier treffen wir anscheinend genau die Gamer aufeinander, die sonst immer das machen, was sie sonst auch machen, aber ja, es fehlen die anderen, die das andere machen, weißt du? Ja! Irgendwie sowas! Ja, wir arbeiten irgendwie nicht richtig zusammen! Entweder bleibt einer immer irgendwo in der Ecke stehen, die anderen laufen los, um das Zeug zu holen, und anstatt zusammen wieder zurück zu laufen, wenn zwei Knister haben, da läuft einer noch in die andere Ecke und holt noch einen Knister! Ohhhh! You guys need to go down and fill up the generator, and I'm gonna go throw up! No messing around! Let's get these bands! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Nee, gar nicht, es war von vorne ins Gesicht! Oh, let's go, let's go! Ja, dann mach mal hier, let's go! Gooo! Ah! 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 Die Spiel... Die Sabbeln anscheinend ingame, ja. Kannst da hier aufmachen im Spiel. Vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, oder? Wenn du während des Spiels zu viert kommunizieren kommst. Okay, hier geht's. Look out! Buddy, are you out of your mind shooting at me? Ammo up there! I got this! I got this one! Reloading! Nice job! I'm reloading! I got this one! What? You got pills! I'm reloading! That hit is fine! Got it! I'm reloading the generator! Ah! We got a hunter! Klasse! Fuck this is the hunter! Oh! Oh no! Bitter shit! Yes! Heieieiei! Oh come, ich mach hier auch mal einen Alleingang! Ne, doch nicht! Er läuft mir dahinter, ja! Oh, okay! Reloading! Reloading! Ne, let's go! Ne, ne, let's go! Nice job! Reloading! No! Reloading! Shit! Habs got on, no? Reloading! I gotta heal! We got him! Nice shot! Got him! Nice shot! Zoe! Krieg ich das hin?! Was meinste? Ich versuch den jetzt, zwar zu helfen! Ich habe ihn! Oh, shit, what's up? Oh, shit, what's up? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What? There's a gun in the middle of the bag, right? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Yeah, 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 yeah. There's all sorts of propaganda. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, you got it. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, okay. Alter, er ist schon wieder tot, er spricht zu an. Oh! Kommst du denn hier? Ja! Auß dem Nichts, oder? Ja! Oh shit! Oh god! Ich bin hier gegangen, so wie war es denn? So, jetzt doch wohl. Follow me, sagte er, und du bist voll am Arsch, ne? Ich hab Herz mit, du wüsste. Ich hab Herz mit. Warte! Warte, ich geh zum Tisch. Ich hab ja hier noch ein bisschen rückendeckung. Irgendwo ist ein Tank. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. ich habe schon zwei, zwei noch Es wäre doch gelacht, wenn wir es diesmal nicht schaffen! Oh Gott! Oh! Ich befreie dich von dem Hunter & Crick & Jockey auf den Kopf, ne? Dafür kommt der Hunter schon wieder auf mich! Oh, ne! Oh nein, das war so knapp! Ernsthaft? Wir liegen alle wieder abwuchen! Nein, die letzten beiden! Damn! Help! Shut it off! This is going to help! Fucking Hunter schreibt er! Ja, der Hunter geht ein, auch richtig auf den Senkel! Okay! Ups! Nach dem Hallen noch gedrückt gehalten, drückt er erstmal ab hier! Pff! K-I-S-S-I-N-G! Hüpf! 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 Boah! Langsam macht's keinen Bock mehr, ne? Komm schon! Jetzt ist vi Jurgen! Immer an der letzten Teil schaltert! Das kann doch nicht sein! Einmal hatten wir nur noch einen favorites Und jetzt haben... minist zum contro . Altasch... Sprecht Zur Hand! Bleib bei uns, mein! Der läuft immer los, ey! Das kann auch nicht sein! Der läuft immer gut! Ich habe einen! Das ist mir! Das ist ein Schuss! Check this out! Look out! Got it! Reloading! I got this one! Look out! Take it! Hell, I don't need it! Smoke it! Got it! Very good! Hunter! Watch your eyes! Reloading! Will you cut this one out? Get out! Nice shot, Francis! Reloading! Get out! We just screwed our aunts! We just screwed our aunts! Got it! Got it! Got it! Ah, toll! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Watch out! Look out! Look out! Oh shit! Don't forget! Don't forget! Oh shit! Don't forget! You can't go! I haven't done it! einer kaputt wenn er nicht immer alleine loslaufen würde, dann würde es auch klappen diese shotgun die hier gibt, die ist echt nice kann direkt wieder abfeuern während du abfeuerst, weißt du so, BAM 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 das ist die 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 oh shit, zwei Hunter und wir sind zu zweit ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs machst du einen Stern ohhhh ohhhh, zweit weg verdammt ich bin dafür, dass wir erstmal ne kleine Pause machen macht einfach keinen Spaß mehr, oder? ne, oh scheiße ich geh raus zum Hauptmenü machen wir erstmal ein Päuschen ja, alles klar ja, da bringt er nichts, weißt du? ne, ne, das ist richtig oh ka so